Freunde, ein herzliches Willkommen wünsche ich euch zu diesem neuen Video. Wir schauen heute gemeinsam in den Forza Motorsport Multiplayer rein. Ich war noch nie im Multiplayer in Forza Motorsport unterwegs. Generell in gar keinem Forza Motorsport. Deswegen wird das eine ganz interessante Sache, beziehungsweise meine Erwartungen sind irgendwo hier ganz unten. Und ich lasse alles auf mich zukommen. Ich kann eigentlich nur entweder bestätigt werden oder positiv überrascht werden. Das wollen wir heute hier herausfinden. Ich glaube, es kann hier und da schon sehr chaotisch werden. Deswegen, wir schauen einfach mal, Leute. Es gibt hier verschiedene Sachen, die wir machen können. Ich habe das selber noch nicht so ganz durchgeblickt. Aber was ich schon mal sehr, sehr cool finde, man hat hier so ein Ratingsystem insgesamt. Das Sicherheitsrating von S nach E absteigend. Also S das Beste, E das Schlechteste. Und ein Fähigkeitsrating, ich glaube, genau hier steht es, von 1000 bis 5000. Also 5000 das Höchste. Keine Ahnung, warum ich jetzt schon hier 4600 habe. Also ich bin schon ein paar Runden gefahren, aber lasse es vielleicht insgesamt 5, 6, 7 Rennen oder so gewesen sein. Wir gucken aber heute mal hier rein. Ich weiß nicht, Leute, was soll ich euch hier am besten zeigen? Wir machen mal ein, zwei Rennen hier und dann könnt ihr mir sehr gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr da generell mehr Bock drauf habt. Ich weiß auch nicht, ob es hier irgendwelche Turniere mal gibt oder irgendwelche Challenges, irgendwelche Ligen und so weiter. Da wollen wir natürlich dann schauen oder herausfinden, was wir hier so langfristig machen können. Ich würde mal sagen, wir fangen einfach mit einem ganz entspannten Renni an. WeatherTech Raceway, sieben Minuten noch. Ich glaube, das ist hier diese Klasse, die ich auch schon gefahren bin, im Honda Civic, genau. Honda Civic und da gehen wir einfach mal direkt rein, Leute. Lasst ein Däumchen da und ich würde sagen, ab die Fahrt. So, meine Lieben, wir sind auf der Strecke. Wir haben noch 8 Minuten Trainingszeit. Seht ihr leider nicht, ist jetzt hinter meiner Facecam. Und das bedeutet, wir müssen in diesen 8 Minuten auch noch Qualifying fahren. Bedeutet, wir können quasi selber bestimmen, wann wir in unsere, ich glaube, 3 Runden sind es insgesamt. 3 fliegende Runden, die wir da haben. Im Qualifying hier auf Laguna Seca. Der ist eine andere Variante, die ich noch nie gefahren bin. Also nicht die Variante, die wir auch in RTC hier kennen oder aus RTC kennen. Sondern, ja, wir haben hier so eine, keine Ahnung, wie man diese Variante nennt. Auf jeden Fall macht es sehr viel Spaß. Ist nicht so abgehakt, ist ein bisschen flüssiger. Man lässt quasi diesen ersten Sektor, ja, irgendwie aus hier auf Laguna Seca. Und hier fahren wir uns erstmal jetzt ein bisschen warm. Und ich werde euch gleich auch nochmal kurz erzählen, so was mir hier ganz gut an den Multiplayer schon mal gefällt. Zum Beispiel dieses System, dass man hier diese 3 fliegenden Runden dann für sich allein hat. Dass man die jederzeit quasi setzen kann hier im Training. Das ist schon mal sehr, sehr cool. So, aber Leute, ich würde sagen, hier warm fahren, Leute, ist doch was für Anfänger, oder? Wir gehen mal direkt rein ins Qualifying. Und genau, jetzt klicken wir einfach auf Qualifying. Und dann starten wir, glaube ich, auch direkt rein hier. Genau, so sieht es aus. Ich bin mal überlegen, ob ich mal eine andere Kamera nehmen soll. Und zwar, jetzt werden mich die meisten wahrscheinlich direkt auseinandernehmen. Aber ich bin ganz ehrlich zu euch, von der Übersicht her finde ich diese Cam hier tatsächlich schon ganz geil gerade. Also klar, ist jetzt wenig realistisch, ist mir schon klar. Aber wir sind ja hier auch nicht in einer Hardcore-Simulation unterwegs, sondern einfach mal ein bisschen ausprobieren, Leute. Nicht immer festnageln auf eine Sache. Das hat der und der gesagt, man muss das so machen. Nein, einfach mal ausprobieren. Einfach mal machen. Und hier erstmal ein bisschen bremsen. Ich bin die Variante gestern schon einmal gefahren. Wie gesagt, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und mal gucken, ob dieses Rennen hier einigermaßen cleanlott. Hier können wir flat draufbleiben. Mit unserem Honda Civic jetzt hier kurz vor dem Zweierschild bremsen. Und da haben wir schon die erste Runde ungültig gemacht. Perfekt. So, die Kurve. Eieiei, Leute. Das gibt es doch nicht. Okay, Leute. Das ist natürlich kritisch. Und deswegen jetzt nochmal Konzentration. Ich verstehe noch nicht so ganz. Im Multiplayer soll ja hier eigentlich ein FPS-Log sein von 60. Aber irgendwie da oben werden mir jetzt gerade 80 angezeigt. Haben wir jetzt hier ein Log drin oder ist das erst im Rennen oder nicht im Qualifizieren? Wie ist das genau, Leute? Ich weiß es nicht. Ich würde mich... Oh mein Gott. Jetzt, Leute. Jetzt ist schon nur der Wahrheit. Ja, mussten wir nochmal runterschalten. Aber zumindest ist die Runde mal gültig. Und wir haben eine halbe Sekunde oben drin im Vergleich zu unserer besten. Ist das vielleicht sogar hier die Pole Position. Und ab die Fahrt, Leute. Was wird das für eine Zeit? Das wird, glaube ich, so eine... Könnte das ein 1.8 werden hier? Ja, eine 1.8 da. 1.8.7. Ist jetzt hier gerade unsere Zeit. Trainingszeit endet in drei Minuten. Und wir sind jetzt gerade hier auf dem zweiten... Auf dem ersten Platz. Mit Abstand. Ja, wollen wir mal gucken, was das jetzt hier gibt. So, meine Lieben. Wir starten hier anscheinend von der Pole Position. Es ist tatsächlich so. Aber ich will euch direkt mal zeigen. Falls es in irgendeiner Form langweilig wird, dann skippen wir direkt zum nächsten. Aber ich will euch direkt mal erklären. Oder zeigen auch, was mir persönlich sehr, sehr gut auch gefällt. Beziehungsweise was für mich auch eine Abwechslung ist. Oder eine Neuheit ist. Und das kann ich euch jetzt gleich hier eben zeigen. Wenn die Ladezeit... Eigentlich sind die Ladezeiten ganz gut, würde ich sagen. Aber jetzt gerade warten wir auf andere Fahrer und... Oder auf weitere Fahrer. So, nach gefühlt fünf Minuten hat er es jetzt auch mal gebacken gekriegt hier. Also Leute, wir haben hier die Möglichkeiten, erstmal das Grid durchzugucken. Was sehr, sehr cool ist. Warum steht oben Unterbrechung? Ich habe keine Ahnung. 40 Sekunden dauert es noch, bis das Rennen losgeht. Wir sehen hier, wer auf welchen Reifen unterwegs ist. Wir sehen hier, wer wie viel Sprit auch mitnimmt. Wir haben hier 60 Runden Sprit gerade dabei. Das ist ein bisschen... Das stimmt aber auch gar nicht. Wir hatten irgendwie nur 20. Wir fahren insgesamt sieben Runden. Na, nehmen wir mal so für acht Runden Sprit mit. Und wir nehmen... Wir nehmen mal die Softs mit, Leute. Wir nehmen die Softs mit. Dann sind wir am Anfang auf jeden Fall schneller. Alle anderen nehmen Mittel mit. Der hat sich neulich entschieden, der Kollege. Der hier hinten nimmt auch Soft mit. Also Soft ist in den ersten Runden krass. Aber hinten raus ist es manchmal eine Vollkatastrophe. Deswegen, wir riskieren einfach mal. Wir nehmen mal Softs mit und versuchen mal, das Rennen hier zu gewinnen. Also das ist schon mal eine sehr, sehr coole Neuerung für mich jetzt. Also wahrscheinlich gab es das schon vorher auch. Aber für mich war es halt so bei ACC. Es gab keine verschiedenen Reifenmischungen. Jetzt hier ist es halt ganz cool gemacht, dass du halt auch verschiedene Strategien sozusagen von den Reifenmischungen fahren kannst. So, und wir gehen in unser erstes Multiplayer-Rennen hier rein. Wir starten von Platz 1. Und gucken mal, ob wir das Ganze hier ins Ziel bringen. Und natürlich erstmal hier... ...den Start überleben. Und ich finde das mit dem Rückspiegel auch angenehmer hier in der Ansicht. Weil der Rückspiegel einfach angenehmer hier ist. Erstmal abwarten. Ja, hinter uns. Da geht's schon los. Aber man muss auch sagen, also ich habe Rennen bisher erlebt, die relativ clean sogar waren. Also wo Leute Rücksicht genommen haben. Klar, du hast auch immer genau das Gegenteil dabei. Das hast du... Oh mein Gott, das war so knapp. Ja, wir können auf jeden Fall hier schon mal pushen. Also wir haben auch gesehen, hinter uns sind sehr viele auf Mediums unterwegs. Das heißt, unsere Softs werden jetzt hier im ersten Rennen, beziehungsweise in den ersten Runden, deutlich besser performen. Aber hinten raus deutlich stärker abbauen. Und das bedeutet, wir werden hinten raus definitiv Zeit verlieren werden. Also wir müssen auch schon Reifenmanagement-mäßig so ein bisschen schauen, dass wir uns hier zurückhalten und die Reifen nicht zu sehr grillen. Denn dann hast du so was von ein krasses Untersteuern hier in dem Auto. Das hatte ich gestern auch einmal. Das habe ich komplett unterschätzt. So, aber nach Runde 1 haben wir zumindest schon mal 3,5 Sekunden Vorsprung. Leute, ich würde sagen, wir skippen mal zu dem Punkt, wo die Reifen hier schon mal wieder ein bisschen abbauen. Und dann gucken wir mal, ob die Kollegen hinter uns noch die Lücke zufangen können. So, Leute, ihr seht schon unten an der Reifen-App, meine Reifen, die kriegen so langsam das Kotzen hier auf der Runa Sega. Also die Vorderreifen vor allem. Weil wir halt einen Front-Tripler haben. Und dementsprechend sind die... Ja, vorne rechts vor allem, seht ihr jetzt. Das geht so langsam schon in den orangenen Bereich. Wir sind jetzt in der vorletzten Runde. Wir haben einen riesen Vorsprung. Also wir müssen... Wir können komplett locker machen, aber es wird sich jetzt hier immer schlechter fahren lassen. Also hier zum Beispiel auch diese schnellen Kurven kannst du nicht mehr so aggressiv pushen, wie du es vorher gemacht hast. Und das musst du dir halt vorher überlegen, bevor du in so ein Rennen reingehst. Hier seht ihr das auch ganz gut. Boah, da sind wir fast off-track geflogen. Da haben wir fast... Ja, hier das Auto... Ja, fast verloren. Durch das ganze Untersteuern hier im Kies. Oder fast ins Kies verloren. So rum. So, aber jetzt hier nochmal Corkscrew abbremsen. Und dann gehen wir gleich in die letzte Runde. Und dann kriegen wir, glaube ich, auch so eine... So eine Boxenstopp-Anzeige. Also, dass wir halt stoppen sollen. Und dass die Reifen halt komplett in den Fritten sind. Das könnte, glaube ich, jetzt schon kommen, wenn wir jetzt hier in unsere letzte Runde gehen. Kurz davor. Ja, ihr seht auch schon, ich komme hier um keine Kurve mehr rum. Hier kommen wir auch ein bisschen ins Kies. Ah, okay. Die Anzeige kam tatsächlich gar nicht. Bremsen will das Auto auch nicht mehr, logischerweise, wenn du keinen Griff mehr auf den Vorderrädern hast. Und lenken sowieso nicht, Leute. Also, wir sind jetzt hier in der letzten Runde. Und dann wollen wir das Ding nach Hause fahren. Und dann switchen wir direkt rüber ins nächste Rennen. Und dann würde ich sagen, wir starten im nächsten Rennen einfach von hinten, Leute. Und dann, ihr seht da übrigens die Anzeige, starke Reifenabnutzung. Ich weiß gar nicht, ob man dann auch irgendwie Reifenplatz hat oder irgendwas kriegen kann. Aber dann starten wir im nächsten Rennen definitiv von hinten. Und wollen mal schauen, dass wir da irgendwie durchs Held flügen. Und das für ein geiles Rennen haben. So sieht übrigens dann die Animation aus, wenn man das Ding hier gewonnen hat. Haben wir nochmal kurz hier eine Siegerehrung mit am Start, Leute. Ja, jetzt kommt natürlich der Mabix hier in seinem ganz dezenten, rot-weißen Rennanzug. So wie das sein muss, passend zum Autodesign. Natürlich, Leute. Dann kriegen wir uns auch noch ein paar Credits. Und dann schalten wir noch ein paar Teile frei hier. Sehr, sehr cool. Ja, Leute, jetzt ist die Frage, was fahren wir denn am besten? Nehmen wir hier die GTX-Sportwagen-Serie oder nehmen wir die Forza GT-Serie? Das klingt doch ganz gut. Gut, Hakone, Grand Prix-Strecke, 13 Runden in 15 Minuten, würde ich mal sagen. Gehen wir einfach mal rein da und treten mal der Veranstaltung bei. Und gucken wir, was wir hier für Autos überhaupt nehmen. Ah, okay, das ist eine GT3-Serie. Dann würde ich sagen, da ist ja gar keine Frage, welches Auto wir nehmen. Wir nehmen den Porsche natürlich, Leute. Weil ich bin, für alle, die es nicht wissen, ich bin Porsche-Fanboy. So ein kleiner Porsche-Fanboy, obwohl ich sagen muss, GT3 ist generell geil. Ich würde auch, der Audi sieht auch ultra geil aus und ist ein geiles Auto. Und der Acura mit Sicherheit auch. So, aber ich würde sagen, wir nehmen den Porsche und gehen einfach mal rein da. Ich bin diese Kombination noch gar nicht gefahren. Also auf ein gutes Training, Rennen, Quali, was auch immer. So, Leute, dann gehen wir mal auf eine Runde, beziehungsweise fahren wir uns mal hier ein bisschen ein auf Hakone. Keine Ahnung, ob man die überhaupt so ausspricht. Aber eine sehr schnelle Strecke. Im GT3 bin ich noch nie gefahren. Ich bin gestern auch im Honda Civic gefahren, glaube ich. Und ich glaube, das ist ja auch eine andere Variante. Eine sehr schnelle, sehr flüssige Strecke. Und mal gucken, wie das Niveau hier so ist. Ich bin vorhin eine Runde kurz gefahren zum Aufwärmen, zum erstmal gucken, wo es hier lang geht. Aber dieser Curb hier und auch dieser Curb, diese Curbs hier, wenn du die bei Fullspeed mitnimmst, die sind schon ziemlich giftig, wenn du da zu viel drauf einlängst. Also hier geht es, ihr seht, es geht sehr lange geradeaus. Also zum Überholen, die Windschattenschlachten sind gleich hier auf jeden Fall eröffnet, Leute. Dann hier wieder kurz durchbeschleunigen und dann geht es hier in den letzten Sektor. Und der Kollege weiß noch nicht so ganz, wo es lang geht hier. Hier müssen wir nämlich links rum. Dann kommt jetzt hier nochmal so eine Rechtskurve. Die haben wir jetzt komplett verkackt. Und dann müssen wir hier nochmal links rum. Und dann sind wir schon wieder auf Startziel. Man kann ja hier, glaube ich, auch das Setup einstellen und so weiter. Ich bin mir da allerdings überhaupt gar nicht sicher, was da funktioniert, was da nicht funktioniert, was gut ist, was schlecht ist. Das muss ich alles noch herausfinden, wie man hier auch Setup-mäßig sich am besten aufstellt, ob High-Downforce, Low-Downforce logischerweise. Auf so einer Strecke fährst du wahrscheinlich eher Low-Downforce. So, wir können natürlich, wir können sogar die Übersetzung hier ändern. Ach du Scheiße. Ja, das sind alles so Sachen, da habe ich jetzt natürlich mich sehr wenig mit beschäftigt. Und ich weiß jetzt auch nicht, was ich hier gerade am besten machen soll. Aber ich würde sagen, wir gehen auf jeden Fall mal auf den Punkt Aerodynamik. Genau da müssen wir hin. Wir haben nämlich hier relativ viel Aerodynamik gerade drauf. Und ich würde sagen, wir machen einfach mal ein bisschen weniger. Also ich sage es euch, wie es ist. Die werden mich wahrscheinlich hier in Grunde Boden fahren, weil die waren so schnell da vorne. Aber ich weiß auch nicht, ob es irgendwie mit am Auto liegt, weil es fährt halt kaum ein Porsche mit. 3, 2, 1, meins. Leute, let's go! Wir gehen rein. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Warum ist der Kollege stehen geblieben? Junge, das wäre es ja fast komplett gewesen. Okay, dann werden wir uns schon mal ordentlich in die Kiste reingefahren. Anders dir. Ach du Scheiße, Leute. Was habe ich denn für ein Anders-Tier? Habe ich hier... Ich habe, glaube ich, das komplett falsche Setup geladen, oder was hier? Ich kann mir überhaupt gar nicht um die Kurve rum. Ach du Scheiße. Oh mein Gott, Leute. Wir werden gerabbt. Okay, Leute. Einfach leben. Einfach nur leben. Und atmen. Und... Einfach mal rein diven. Komm rein da. Sorry. Es tut mir leid. Ich wollte das eigentlich nicht. Wahrscheinlich kriegen wir jetzt gleich die Retourkutsche hier. Ach du Scheiße. Was ist das denn für ein Auto, Junge? Das lässt sich hier fahren wie ein... Wie ein Sack Schrauben. Hier vorne jetzt 4-Wide. Genau, durch die Lücke. Ja. Ja. Da machen wir natürlich ein 4-Wide raus. Ach du Scheiße, Leute. Ich habe Angst. Ich habe sowas von Angst. Macht, was ihr wollt. Lass mich in Ruhe. Ich will da nichts mit zu tun haben. Ich habe keine Ahnung, warum ich hier nicht rumkomme. Ja. Der Porsche neben mir hat genau die gleichen Probleme. Oh mein Gott. Wir sind hier immer noch Side by Side. Liegt das am vollen Tank oder liegt das hier an den Reifen oder liegt das am Setup? Ich weiß es nicht. Es lässt sich aber grauenhaft fahren. Wir sind 15. Also Leute, wenn ihr Tipps für mich habt, wie man das Auto hier am besten einstellen sollte. Ich bin für jeden Tipp empfänglich. Ach du Scheiße. Es lässt sich wirklich grauenhaft gerade fahren. Also ich fahre in die Kurve rein und ich habe gefühlt keine Vorderachse. Ich habe gefühlt keine Vorderachse. Seht ihr, wie schnell die alles sind im Vergleich zu mir? Und ich habe das Gefühl, ich grille meine Reifen komplett. Also wirklich komplett. Weil ich bin nur am Rutschen. So, aufs Gas, 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 Gas. Oh mein Gott. Ja, da konnte ich aber auch nichts für die Kollisionen hier. Ich kriege wahrscheinlich noch eine Strafe oder was? Ne, keine Strafe. Okay. Ja, Strafensystem ist manchmal auch ziemlich, ziemlich fragwürdig. Aber die haben alle hier so einen Untersteuern, ne? Kann das vielleicht mit dem Reifen zusammen liegen oder so? Also wir müssen, sagen wir mal, Top Ten. Top Ten müssen... Ach du Scheiße. Was ist das denn? Habt ihr das gesehen? Was passiert mit dem Auto? Ich glaube auch nicht, dass das alles hier förderlich ist für die Haltbarkeit der Reifen. Das war nicht abseits der Strecke. Niemals. Ja, und dafür kriege ich sieben Zehntel. Strafe. Das ist frech. Das ist sehr frech, Leute. Weil ich war doch noch mit allen Reifen auf dem Körb. Könnte mir doch nicht erzählen. Hier zum Beispiel. Ich bin nur am Rutschen. Also du fährst in die Kurve rein und du bist über alle vier Reifen gefühlt am Rutschen. Also das muss... Vermutlich muss es irgendwie eine Setup-Geschichte sein oder sowas. Aber das kann ja nicht normal sein, oder? Vor allem die Dinger, die haben ja Downforce. Also ist ja jetzt nicht so, dass ich hier einen Golf fahre. Das ist... Also das kann es nicht fahren. Das ist wirklich kurz hier gerade. Also das ist wirklich frech. Genau. Da kriege ich noch eine halbe Sekunde. Kriege ich noch... ...reingedrückt. So wie man das macht. Wenn es weh tut. Nochmal rein. Treten. So Leute, aber wir kämpfen uns langsam gerade ran. Da vorne fahrt die Top Ten. Und da wollen wir natürlich hin. Ich bin echt gespannt, wie das hier ausgehen wird mit unseren Reifen. Und... Müssen wir überhaupt einen Boxenstopp machen. Wäre das sinnvoll, einen Boxenstopp hier zu machen. Da geht einer an die Box. Oh mein Gott, Leute. Ich habe keine Ahnung, ob wir hier an die Box müssen. Macht das hier Sinn, an die Box zu gehen? Macht wahrscheinlich schon Sinn, wenn deine Reifen irgendwann gar nicht mehr wollen. Wir sind jetzt hier bei Halbzeit ungefähr. Ja, ich... Wir müssen vermutlich an die Box, Leute. Ach du Scheiße. Fahren wir hart, hart oder was fahren wir? Ja, schon eine geile Lichtstimmung jetzt hier, ne? Also... Mal davon abgesehen, dass es sich teilweise ein bisschen komisch anfühlt. Und... Hier und da so kleine Problemchen sind. Wenn man dann einmal in so einem Rennen drin ist, dann... Kann man da auch teilweise drüber hinwegsehen. Und es macht trotzdem dann irgendwie Spaß. Komm, ich gehe jetzt an die Box. Wie funktioniert das? Können wir da einfach draufbleiben? Ja, können wir. Okay, jetzt müssen wir, glaube ich, irgendwie... Irgendwas einstellen. Genau, mittlere Reifen. Wir machen... Wir machen nochmal die Harz drauf. Und... Empfohlen, was? Neun Runden, was? Überspringen. Das war, glaube ich... War das Sprit oder was? Ich glaube, das war für Sprit, ne? 2,6 Sekunden. Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich konnte es schon nicht lesen. Ich dachte einfach, das wäre jetzt Sprit gewesen. Aber wir haben genug Sprit dabei gehabt. Und deswegen... Müssen wir jetzt hier keinen Sprit nachtanken. Also, ich bin euch wirklich für jeden Tipp dankbar, den ihr mir geben könnt bezüglich Setup bezüglich. Ja, warum sind hier vorne so schnell? Ist es das Auto? Ist es das Setup? Bin ich es? Aber dadurch hat man natürlich auch taktische Möglichkeiten jetzt hier während des Renns, ne? Man kann bestimmen, wie viel Sprit nimmt man mit? Und wie viel tankt man nach? Und wie viel... Oder welche Reib nimmt man jetzt? Und dementsprechend kann man... Ja, taktisch auf jeden Fall... ...verschiedene Dinge tun. Und das finde ich... Das finde ich schon sehr, sehr cool. Ist für mich auch eine Erneuerung. ...die ich so nicht kenne. Aus... Assetto Corsa-Kompetitionen. Wow! Alles klar! No way! Jetzt drehe ich mich hier noch weg. Jetzt drehe ich mich hier noch weg, Leute. Das war natürlich maximal belastend jetzt. Oh mein Gott! Und das in der vorletzte Runde. No! So, Leute, aber es neigt sich dem Ende. Wir haben nochmal eine Position verloren durch diesen... ...echt wirklich dämlichen Fehler. Also Curbs sind teilweise echt dein Tod hier. Dann, ähm... Ja, haben wir den 13. Platz nach Hause gefahren. Ich sag's euch, wie es ist, ne? Es hat sich mega komisch fahren lassen. Also ich hatte gefühlt gar kein Gefühl für das Auto. Kein Gefühl für die Vorderachse. Nix. Aber vielleicht hab ich auch irgendwas komplett grundlegend falsch gemacht. Guckt euch mal die Rundenzeiten an. 1.13.7 ist der Kollege da vorne gefahren. Ich bin 1.16.2 gefahren. Drei Sekunden! Oder sagen wir mal so zweieinhalb Sekunden. Das ist schon, äh... ...ne Klatsche. Ich mein, okay, aber der ist im BMW gefahren, ne? Also zwischen BMW und, äh... ...Audi scheint, aber Porsche ist noch auf 7. Der ist auch nur 15... Der ist auch nur eine 15.0 gefahren, ne? Also mit einer vernünftigen Runde hätte ich vielleicht sogar noch eine 15.0 gesehen, aber... Leute, das, äh... ...war... ...ja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Also ich finde, der Multiplayer generell in Forza... Ich gehe sehr stark davon aus, dass das echt Spaß machen kann. Aber das jetzt hier gerade, also das erste Rennen, ähm... ...nö, da haben alle die gleichen Autos gehabt. Das war alles irgendwie so, ähm... ...das hat funktioniert. Und da habe ich mich auch direkt wohl gefühlt. Aber hier habe ich mich jetzt überhaupt gar nicht wohl gefühlt. Könnt ihr mir mal, wie gesagt, gerne unten in die Kommentare hauen, wenn euch da irgendwas aufgefallen ist. Also... ...mit diesem, äh... ...eigentlich sehr schönen Kfz hat CC erst mal nicht funktioniert. Aber ich fuchse mich da noch ein bisschen rein. Also, wenn ihr Bock habt auf weitere Folgen, Forza Motorsport, äh... ...Multiplayer vor allem. Also ich werde größtenteils hier wahrscheinlich Multiplayer fahren. Dann haut gerne... ...ja, ein Däumchen raus. Lasst ein Abo da. Und ich sag, bis zum nächsten Mal. Euer Mavix. Haut rein. Und... Tschüss!